Herzlich Willkommen auf Consutec. In diesem Video geht es um die besten Glätteisen. Der Qualitätssieger in unserem Glätteisen-Test geht an das Remington Advanced Coconut. Stylen Sie mit dem Advanced Coconut Therapy Haarglätter einen glatten, sleek Look mit zweimal mehr Schutz vor Hitzeschäden. Der integrierte Sensor und die hochwertige Keramikbeschichtung, angereichert mit Kokos- und UV-Filtern, der Stylingplatten liefern glatte, glänzende Ergebnisse. Für schnelle Ergebnisse wie vom Friseur wählen Sie aus fünf digitalen Temperaturreglern bis 230 Grad die geeignete Temperatur für Ihren Haartyp. Der Advanced Coconut Therapy Haarglätter verfügt über einen integrierten Sensor, der den Kontakt mit Ihrem Haar erkennt und die Temperatur der Stylingplatten kontinuierlich misst und reguliert, um eine Überhitzung zu vermeiden. Genießen Sie Salon Performance bequem von zu Hause aus mit dem Advanced Coconut Therapy Haarglätter. Mit den fünf digitalen Temperatureinstellungen bis 230 Grad können Sie genau die richtige Styling-Temperatur für Ihren Haartyp einstellen. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Remington Wet 2 Stight. Möchtest du schneller stylen? Der Haarglätter verfügt über die Advanced Wet 2 Stray Technologie, die dein Haar während des Glättens trocknet. Dank des exklusiven Entlüftungssystems wird überschüssiges Wasser schnell entfernt und erspart so das Föhnen, wodurch die Stylingzeit um die Hälfte verkürzt wird. Mit dem Feuchtigkeitssensor wird das Haar bei optimaler Temperatur mit dreimal mehr Schutz geglättet, um gesund aussehende, glatte Ergebnisse zu erzielen. Der Wet 2 Stray Pro Haarglätter kann sowohl auf nassem als auch auf trockenem Haar sicher angewendet werden. Bei aktiviertem Wet-Modus kann feuchtes, handtuchtrockenes Haar direkt nach dem Duschen geglättet werden. Überspringe den zeitaufwendigen Schritt des Föhnens deiner Haare, bevor du mit dem exklusiven Entlüftungssystem des Wet 2 Stray Pro Haarglätter stylst. Der Wet 2 Stray Pro Haarglätter hat eine hochwertige Keramikbeschichtung mit frissresistenten Mikrowirkstoffen, die bei jedem Zug an das Haar abgegeben werden. Für ein gesund aussehendes, glattes Styling. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Glätteisen-Test ist das Rowenta SF3122. Der Haarglätter Optilis ist ein Hochleistungs-Styling-Gerät mit gleichmäßiger Temperaturverteilung, die für perfekte Glättergebnisse sorgt. Die exklusive Keratin-Turmalin-Beschichtung erhöht den Haarglanz auf natürliche Weise, da das Protein Keratin in Verbindung mit dem Ionen abgebenden Turmalin zusätzlichen Glanz verleiht und zudem antistatisch und glättend wirkt. Eine Höchsttemperatur von 230 Grad ermöglicht schnelles und effizientes Glätten, während die perfekt geregelte Konstant-Temperatur-Funktion stressfreies Styling gewährleistet. Zu den Zusatzfunktionen des Glätteisens gehört ein flexibles Aufsatzsystem, das sich für sofortige Glättergebnisse an die Haardicke anpasst, sowie eine Funktion zur bequemen Aufbewahrung. Genießen Sie perfekt geglättete Haare mit leuchtendem Glanz. Schmale Platten 2,5 x 9 cm für alle Haarlängen. Federnd gelagerte Glättplatten für optimalen Kontakt zum Haar. Thermostat mit Temperaturregelung 11 Temperaturstufen. Temperatur von 130 bis 230 Grad. Schnell aufheizend mit Überhitzungsschutz. Verriegelungsmechanismus zur sicheren und einfachen Aufbewahrung des Geräts. Ein-Ausschalter. Cool-Touch-Spitze. Geeignet für Lockenstyling. Farbe Schwarz. Leistung 38 Watt. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.